Martha Stewart richtet in ihrem jüngsten Interview einige einfache Warnungen an Megan Markele. Während des Interviews mit Statisten, Billy Bush beim Nassad Paradise Island Wine & Food Festival auf den Bahamas, teilte Stewart seine Gedanken mit, dass Marle eine Marke wie Martha Stewart werden möchte. Wie Bush sagte, das habe ich erst heute gelesen, antwortete Stewart lachend. Was den Rat betrifft, den sie Harrys Frau geben würde, sagte sie, stellen Sie gute Produkte her, die Funktionieren und dem Zuhause helfen, ihr ein schöneres Leben zu ermöglichen. Darum geht es. Stewart's Rat kommt, als es Gerüchte gibt, dass Megan Produkte aus China importieren wird. China hergestellte Produkte oder ähnliches mussten diese Gewinnspanne erhöhen. Es werden Schrott und wahrscheinlich unsichere Materialien verwendet. Denken Sie daran, dass sie diese Produkte nicht herstellt. Es gibt kein handwerkliches Können, kein Fachwissen aus der Handwerkskunst eines Betreuers. Denken Sie daran, dass sie diese Produkte nicht herstellt. Es gibt kein handwerkliches Können, kein Fachwissen von ihr. Sie bastelt, entwirft oder wählt Produkte nicht fachmännisch aus. Während Stewart seit Jahrzehnten ein Synonym für alles Häusliche ist, ist Marco Berichten zufolge gerade dabei, seine eigene Lifestyle-Marke American Riviera Orchett auf den Markt zu bringen. Ich denke, in Amerika nutzt sie den Martha Stewart-Vibe, die Art von versierte Gastgeberin mit dem meisten Essing, sagte der unverblümte Kommentator Richard K. letzte Woche gegenüber dem Daily Mars Bellis Confidential. Megan kauft ein paar ihre eigenen Produkte und lagert sie in einer Garage oder verschenkt sie. Oder versuchen sie anstelle von Trinkgeldern zu beweisen, wie beliebt sie sind. Keine Zitronenkörbe oder Bananenbrot mehr, sie wird jetzt Meghans Lieblingssachen zum Verteilen haben, eine Kopie von Bench, eine Tüte Clever, ein paar A.O. Sachen und eine Antwortschütze. Warum meldet sie die Markenanmeldungen an? Wäre das nicht eine Geldverschwendung? Markenerwerb ist das, was sie am zweitbesten kann, nachdem sie mit der neuesten Marke geschlafen hat. Sie hat große Angst davor, dass Menschen ein Markenzeichen bekommen würden, das sich auf alles bezieht, was sie tun und was sie tun. Aber sie hat die Seite vergessen und wir haben den letzten Tag oder so darüber gelacht. Sie setzt sich dafür ein, dass Partner das Geld bereitstellen, die ganze Arbeit erledigen, das gesamte Risiko akzeptieren und sie über die kühnsten Träume hinaus reich machen. Die Enthüllung von Martha Stewart erfolgt, nachdem Prinz Harry und Meghan Markle in Schwierigkeiten gerieten, nachdem sie Katharine, die Prinzessin von Wils, in der Erklärung nach einer Krebsdiagnose als Karte bezeichnet hatten. In einer gemeinsamen Erklärung, die veröffentlicht wurde, nachdem Catherine in einem emotionalen Video bekannt gegeben hatte, dass bei ihr Krebs diagnostiziert worden war, sagten die Sussexes, wir wünschen Kater und der Familie Gesundheit und Heilung und hoffen, dass sie dies privat und in Frieden tun können. Der in Kalifornien ansässige Roca-Briff zog den Herzog von Sussex und Meghan über ihre amerikanische Reaktion auf Katharines Diagnose hinweg. Tal-Karte-V-Moderator David Bull und Reuel-Reporterin Caroline Ferrede diskutierten die Angelegenheit kürzlich in einem Beitrag. Bull sagte über die Aussage von Harry und Meghan, es war einfach so amerikanisch. Wie nennen sie es? Gesundheit und Heilung? Ja, Gesundheit und Heilung. Ferrede stimmte zu und fügte hinzu, ich kann mir vorstellen, dass das bedeutet, dass man bald gesund wird. Es ist eine Holmerkarte. Es ist absolut, nicht wahr? Es ist Sonntag, Sonntag amerikanisch. Ich glaube nicht, dass wir das jemals in diesem Land sagen würden, fuhr Bull fort. Ferrede verrät weiter, dass es sie störte, dass Harry und Meghan die Prinzessin von Wales in der Erklärung beiläufig als Karte bezeichneten. Ich persönlich habe immer etwas in die Tatsache hinein interpretiert, dass sie scheinbar nicht in der Lage sind, einen königlichen Titel zu führen oder sie Prinzessin von Wales zu nennen. Sie bestehen immer darauf, Karte zu benutzen, sagte sie. Ich denke, einer von ihnen ist einfach nicht in der Lage, sie die Prinzessin von Wales zu nennen, fügte sie hinzu.